Ich treff nicht, ne? Egal was ich mache. So, jetzt aber. Komm. Immer aber. So, jetzt stellen wir uns hier oben. Können wir das so durchführen. Ah, jetzt haben wir die Gesichter schon wieder. Hier geht's. Komm mal einfach. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Mach voll. Dann gehen wir uns so nach und nach nach oben. Dann haben wir eine schöne, schöne Sprungschanze. Ja? Nein, das geht mir natürlich genau an. Na ja. ich bin nicht so dass ich mich über so etwas aufregen soll oder so ich bin nämlich genau da hin ich bin über da so ziemlich schön Schleim, 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 alles voll aus Schleim jetzt aber wird hier gejumpt und 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 einfach einfach das gedacht Do you know who I am?! I'm the man who's gonna burn your house down! With the lemons! I'm gonna get my engineers to invent a combustible lemon that burns your house down! Burn his house down! Burning people. He said what we're all thinking. The point is, if we can store music on a compact disc, why can't we store a man's intelligence and personality on one? So I have the engineers figuring that out now. Brain mapping, artificial intelligence. We should have been working on it 30 years ago. I will say this, and I'm gonna say it on tape so everybody hears it a hundred times a day. If I die before you people can pour me into a computer, I want Carolyn to run this place. Now she'll argue, she'll say she can't. She's modest like that, but you make her. Yeah, I'll put her in my computer, I don't care. All right, test's over. You can head on back to your desk. Goodbye, sir. Oh man oh man. Here goes up. Good that I don't have any walls or something. Oops. I've been there pushed it. So. What's up there? What's up there? What's up there? Oh man. He's not even looking at the door. I have to go. Oh boy, look it up there! You make a poor portal. Auffluck. 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 Das war wohl ein Deckard. Ach nein. Ach nee. Ach tut das nicht. Ach warum auch sonst ist die Decke von dem Fahrstuhl offen. Na? Ja, das war Versuch Nummer 1 und Nummer 2. Ja. 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 Keine Ahnung wo ich hin muss. Irgendwo da oben hin. Und da ist kein, hey ich mach Portal-Zeug. Wird wahrscheinlich noch weiter runterfallen. Nope. Die ist auch nicht wieder ganz runter, weil das muss ich irgendwie ziemlich ankotzen. Was können wir machen hier? Wenn man darüber, da sieht es schöner aus übrigens. Ja. Ja, wie wir wählen sehen sie nicht. Ah, tadaa. Pam. Ey Tür! Dachte ich wär wieder falsch, aber nein, da ist eine verdammte Scheiß Tür. Wunderbar. Wir sind doch etwas schlauer als wir angenommen haben. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ach ja. So vielleicht habe ich ja was gedacht. Meine Сicht schlässich öffnende Tür. Wir könnten trotzdem mal aus da oben ein bisschen nach oben gucken. Da kann ich überall ein Portal entmachen, da oben nicht. So ein Witz. Ein Witz ist das, lass mich da hoch. Aha, I see. Lass mal hier hin. Ah, doch ist er da. Ja, das sieht gut aus. Und Abflug. Was da wohl hin muss? Trebe ich? Wo war denn? Fast. Fast. Oh, jump. Ja. Ja. Wo kann man denn hier am geeignetsten runter sprechen? Hier wahrscheinlich mal am Ende ist. Das ist mir halt so. Muss ich überhaupt klären? Doch, muss man mal, kann man sich nochmal genauer angucken? Außerdem liebe ich, dass sie sich die Luft zu fliegen. Daaa. 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 Bokinas, wir müssen eine Etage höher, wie stellen wir das am dümmsten an? Was auf jeden Fall Orangen ist hier, das tut uns hier, aber nicht nur mal echt weiter. So, da müssen wir hoch, das ist die Ausgangssituation. So, ich muss mich einfach da irgendwas machen. Nein, 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 kann man nicht. Nein, 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 nein... Wenn ich doch nur mehr hier mache, könnte ich dann ein paar Tage. Na, so streng wird es nicht funktionieren. Hätte ich mit. Nicht hier runterfallen? Besser dieses Weiße, warum kann ich das nicht benutzen? Sauerei. Ich kann es bestimmt benutzen, ich habe es nur irgendwo übersehen. Geh einfach nochmal runter. Schade weg. Oh, das muss ich nicht einfach ein bisschen machen. Naja. Ah, da war es doch. Ich habe es genau gesehen. Genius. Und zwar 1a. Eins auf der Richterseite. Und wir sind drin. Hoppala. So einfach geht das. Da gehe ich doch. Alles gelig und so viel zu sein. So alles gelig und so viel zu sein. Alles gelig und so viel zu sein. Ich muss noch irgendein Portal machen, jetzt ist es irgendwie krass. Lame! Jollyann! Ich muss noch ein Ding greifen. Ich muss noch ein bisschen wegnehmen. Okay. 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 What's your name? What's your name? It's a bit more complicated. The second one I've seen is, is a friend of mine. It's a friend of mine.